Hier haben wir einen typischen Flammenwerfer der Rebellen. Eine ihrer modernsten Waffen. Sehen wir uns mal an, wie diese undankbaren ihr Arsenal bauen. Wo fangen wir an? Hier haben wir offenbar den Griff eines Zapfventils. Von einer Tankstelle. Wirklich pfiffig. Dieser Schlauch wird anscheinend an einen Motor angeschlossen. Vielleicht von einem Laubbläser oder einer ähnlich furchteinflößenden Gerätschaft. Hier an dieser Kartusche ist ein kleiner Brenner. Ein tolles Ausrüstungsstück. Zumindest im Kampf gegen eine unfertige Crème Brûlée. Man muss den Einfallsreichtum respektieren, den pure Verzweiflung mit sich bringt. Und der ganze andere Plunder hier sieht aus wie vom Schrottplatz geklaut. So wollen sie sich also gegen den Diktator Enton Castillo erheben? Ich dachte, es wäre wenigstens ein fairer Kampf. Aber es wird deutlich... ...dass sie keine Chance haben. Spiel es auf der brandneuen Xbox. Sous-titrage Société Radio-Canada